Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute schauen wir nach Peking, wo sich Bundeskanzler Olaf Scholz zum Abschluss seiner China-Reise mit Staatschef Xi Jinping getroffen hat. Außerdem sprechen wir über den Stellenabbau bei Tesla und den Kursrutsch der Aktie. Wir haben Dienstag, den 16. April und ich bin Arnes Michijewicz. Wäre das Leben eines Bundeskanzlers ein Wunschkonzert, dann hätte Olaf Scholz während seiner China-Reise die Wettbewerbsbedingungen für deutsche Unternehmen verbessert, den Taiwan-Konflikt entschärft und Chinas Staatschef Xi Jinping die Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg ausgeredet. Tja, wie Sie sich bestimmt denken können, war die Realität aber eine andere. Scholz und Xi haben heute in Peking zwar mehr als drei Stunden lang miteinander gesprochen, allerdings bleibt am Ende nicht besonders viel, was der Kanzler als persönlichen Erfolg verbuchen kann. Warum auch bei unserem China-Korrespondenten Martin Benninghoff letztlich die Enttäuschung überwiegt, erzählt er uns gleich nach dem Marktbericht. Außerdem sprechen wir über den Stellenabbau beim Elektroautohersteller Tesla. Mehr als 14.000 Jobs sollen weltweit wegfallen. Und eigentlich lassen solche Nachrichten bei vielen Unternehmen die Aktienkurse steigen, weil die Anleger darauf hoffen, dass sinkende Kosten und schlankere Strukturen künftig zu mehr Wachstum führen. Doch die Tesla-Aktie rutschte zuletzt ab. Heißt das nun, dass die Anleger den Versprechen des Tesla-Chefs Elon Musk nicht mehr trauen? Darüber spreche ich im zweiten Teil der heutigen Folge mit Thomas Jahn, dem Leiter des Handelsblatt-Technologie-Teams. Doch vorher gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Und dazu schalten wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Katharina Schneider. Hallo Katharina. Hallo Anis. Ja, gestern hatte sich ja nach dem ersten Schock über den iranischen Angriff auf Israel eine Erholung im DAX abgezeichnet. Wie ging's heute weiter? Tja, von seinem Allzeithoch, das der DAX vor genau zwei Wochen erreichte, hat er sich heute nochmal ein Stückchen weiter entfernt. Zuletzt notierte er knapp 1,5 Prozent im Minus bei etwa 17.770 Punkten. Und damit folgte er auch der Entwicklung in Asien und den USA. Und tatsächlich ging es in den USA heute im frühen Handel auch schon wieder mit Kurs zu Einbußen weiter. Also man kann sagen, ein globaler Abwärtstrend. Was ist es denn, was die Anlegerinnen und Anleger im Moment beunruhigt? Ja, eine ganze Menge. Ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt die Zinspolitik der Notenbanken. Die Inflation in den USA scheint hartnäckiger zu sein als viele dachten. Und zugleich kommen positive Daten zur Wirtschaftslage in den USA. Das scheint jetzt erstmal ein bisschen widersprüchlich. Aber wenn die Wirtschaft brummt, hat es die Notenbank natürlich auch nicht so eilig, die Zinsen zu senken. Das beunruhigt die Anleger. Denn einerseits bleiben durch das hohe Zinsniveau die Refinanzierungskosten für Unternehmen hoch, der Konsum wird gebremst und zusätzlich werden dadurch auch Aktieninvestments weniger attraktiv, weil Anleger ihr Geld auch mit weniger Risiko zu festen Zinsen anlegen können. Eine weitere große Sorge ist natürlich auch der Konflikt im Nahen Osten. Du hast es schon angesprochen. Die Drohnen- und Raketenangriffe, die lassen weiterhin eine Eskalation befürchten. Das schlägt sich auch auf den Ölpreis nieder. Der steigt. Das ist auch keine gute Nachricht für Unternehmen und die Wirtschaft. Und noch dazu sind auch die ersten Einblicke, die Unternehmen in ihre Quartalszahlen für das erste Quartal 2024 gegeben haben, nicht so super toll, dass Anleger da jetzt in Jubel verfallen würden. Gibt es denn auch Schnäppchenjäger, die die gefallenen Kurse für sich nutzen? Tja, tatsächlich scheint die breite Masse der Anleger eher vorsichtig zu sein. Die Gier sei plötzlich in Angst umgeschlagen, sagen Marktexperten. Denn auch solche Kursrücksetzer, die vor ein paar Wochen noch tatsächlich dazu geführt haben, dass viele einen guten Einstiegskurs gewittert haben, sorgen jetzt eben nicht mehr dazu, dass nachgekauft wird. Und daran haben selbst unerwartet gute Wirtschaftsdaten nichts geändert. Die kamen heute nämlich aus China. Dank boomender Exporte lief es für die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal überraschend gut. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu und war damit deutlich stärker als gedacht. Zugleich scheint sich aber in China auch eine Immobilienkrise zu verschärfen. Die Preise für neue Wohnungen sind stark gefallen. Also auch hier nicht alles nur positiv. Und wie geht es jetzt weiter? Tja, wenn sich die Nachrichten weiter verschlechtern, rechnen Marktexperten damit, dass der DAX zunächst auf 17.000 Punkte fällt. Zudem sind die Volatilitätsindizes erhöht. Das heißt, der V-DAX ist deutlich gestiegen, sodass auch in den nächsten Tagen weiter mit Schwankungen gerechnet werden muss. Gibt es denn ein paar Einzelwerte, die dir heute besonders aufgefallen sind? Ja, tatsächlich. Da gab es unter anderem Fresenius. Die sind aufgefallen, weil sie gegen den allgemeinen Trend 4 Prozent etwa zugelegt haben. Hintergrund war da die Markteinführung des neuen Medikamentes Tuyen in den USA. Das Mittel wird zur Behandlung chronischer Autoimmunkrankheiten genutzt. Auch die Aktien von Ericsson sind aufgefallen. Die haben gegen den Markttrend in der Spitze sogar 8 Prozent zugelegt. Das Unternehmen hat deutlich höhere Margen erzielt, als erwartet worden war. Ganz interessant auch, ein Unternehmen, das mehr als 30 Prozent Kursverlust heute hinnehmen musste, war der britische Schuhhersteller Doc Martens. Hier wurde heute bekannt gegeben, dass der CEO gehen wird. Ein neuer wurde ernannt und zugleich wurde vor einem herausfordernden Geschäftsjahr 2025 gewarnt. Da haben viele Anleger kalte Füße bekommen. Ja Katharina, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute den chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking getroffen. Es war der Höhepunkt der dreitägigen China-Reise des Kanzlers. Und es gab viel zu besprechen, sowohl mit Blick auf geopolitische als auch wirtschaftliche Fragen. Unser China-Korrespondent Martin Benninghoff kennt die Details. Hallo Martin. Hallo Arnys, grüß dich. Ja, der China-Besuch von Scholz wurde von Irans Angriff auf Israel überschattet. Welche Rolle spielte das Thema heute im Gespräch mit Xi Jinping? Also das Thema spielte auf jeden Fall eine Rolle. Man muss dazu sagen, das ist erstmal ein Gipfel der Unmöglichkeiten gewesen dieses Mal. Zu viele Themen, Geopolitik, Wirtschaft innerhalb von kurzer Zeit. Das Gespräch zwischen Xi Jinping und Olaf Scholz hat deswegen auch rund drei Stunden gedauert. Das Vier-Augen-Gespräch hinterher. Die beiden waren noch Mittagessen. Der Außenminister, der chinesische Außenminister war noch dabei. Also insgesamt wahnsinnig viel zu besprechen. Es ist davon auszugehen, dass er intern sehr, sehr umfangreich auch über Nahost mit ihm gesprochen hat. Nach außen hin gibt es von Seiten Olaf Scholz einen Zweiklang, den er immer wiederholt hat. Also Verurteilung des Iran und zugleich auch Aufruf zur Mäßigung an die israelische Regierung. Der Druck auf China allerdings mäßigend zu wirken, auf den Iran, hat Olaf Scholz öffentlich nicht sehr stark betont. Da will er offenbar auch den chinesischen Staatspräsidenten nicht so sehr in eine Ecke drängen. Sonst hat er sich dann für das Hinterzimmer aufbewahrt. Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, es gab unfassbar viel zu besprechen und im Grunde haben wahrscheinlich auch die drei Stunden nicht gereicht, um durch die ganzen Themen durchzugehen. Ein anderes Thema ist ja, dass China Russland im Ukraine-Krieg unterstützt, unter anderem indem es kriegsrelevante Güter liefert. Dazu gehören laut Angaben von US-Regierungsvertretern Panzerteile, Satellitenbilder und Raketentreibstoff. Konnte Scholz in irgendeiner Form Einfluss auf Xi nehmen, sich stärker für Frieden in der Ukraine einzusetzen? Ja, dazu muss man sagen, dass Xi Jinping auf solche Vorwürfe, die ja im Kern von den Amerikanern kommen, überhaupt nicht eingeht. Also China sieht sich offiziell auch nicht als Kriegspartei, das hat Xi Jinping auch nochmal betont, sondern eben als neutrale Partei irgendwo in der Mitte zwischen den westlichen Mächten und Russland. De facto ist China das aber natürlich nicht. China macht weiterhin Geschäfte mit Russland, kauft die Rohstoffe, verkauft Autos und Maschinen an Russland auch ganz, ganz massiv. Direkte Waffenlieferungen soll es nicht geben, aber China unterstützt zum Beispiel mit neuen Sympathiebekundungen ein Regime, nämlich dass das, ja ich sag's mal ein bisschen salopp, Schurkenstaat des Nordkorea, das glasklar Waffen liefert an Russland. Also hier gibt es eine Haltung, die zweiseitig ist und der kleinste gemeinsame Nenner, den Deutschland, den auch die Bundesregierung von Olaf Scholz überhaupt haben kann mit China in der Frage, ist, dass der Einsatz von Atomwaffen schlichtweg verboten bleibt und verboten ist und verpönt bleibt. Und China hat an der Stelle mäßigend auf den Kreml eingewirkt. Das ist aber wirklich auch der kleinste gemeinsame Nenner zwischen der deutschen Haltung und der chinesischen Haltung in dieser Frage. Hat sich denn Scholz auch zum Thema Taiwan-Konflikt geäußert? Ja, Olaf Scholz hat in Shanghai gestern, da war ich dabei, etwas, wie sagt man so schön oder unschön, sybillinisch darauf geantwortet, dass man Grenzen nicht verschiebt beziehungsweise auf Taiwan dann sicherlich auch gemünzt, wenn man einen größeren Nachbarn in der Nachbarschaft wohnen hat, nicht von diesem bedroht werden möchte. Das kann man natürlich klar auf Taiwan hin interpretieren oder auch auf Chinas hegemoniale Versuche in der Region, also Stichwort Philippinen zum Beispiel, die Grenzen neu zu verschieben. Ja, das war das Thema Geopolitik. Wir sind da jetzt natürlich auch durchgepflügt in einem irren Tempo. Da könnte man natürlich auch noch sehr viel länger darüber sprechen. Aber ein weiterer Streitpunkt zwischen Deutschland und China und darauf wollen wir jetzt auch zu sprechen kommen, ist das wachsende Handelsungleichgewicht. Chinas Wirtschaft versucht, die Schwäche im Inland mit immer höheren Exporten auszugleichen. Und das ist eben damit verbunden, dass die Staatsführung die heimischen Unternehmen mit massiven Subventionen stützt und der weltweiten Konkurrenz einen harten Preiswettbewerb aufzwingt. Und deswegen natürlich auch ein Problem für Deutschland und die EU. Und im Vorfeld hatte man sich ja vor allem die Frage gestellt, wie deutlich Scholz dieses Thema beim Treffen mit Xi ansprechen würde. Zumal er von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet wurde, die sich wahrscheinlich keine allzu direkten kritischen Töne wünschen würde. Deswegen die Frage an dich, gab es Klartext oder doch nur ein Kuschelkurs? Ja, das war schon ein interessantes Thema, muss ich sagen, als ich auch dabei war und man so ein bisschen zwischen den Gruppierungen hin und her schaute. Denn Scholz hat auf der einen Seite bei diesem Thema nach außen hin Klartext gesprochen. Also er hat gesagt, China bitte keine Dumpingpreise, China bitte keine Überkapazitäten, China bitte schaut, dass eure Wirtschaft faire Bedingungen auch schafft, dass der Handel unter fairen Bedingungen stattfindet. Das hat er sehr deutlich gesagt, das hat er an der Tongji-Universität in Shanghai gesagt, auch zu anderer Gelegenheit. Und auf anderer Seite kommt eine zwölfköpfige Wirtschaftsdelegation mit, die keine Handelsstreitigkeiten möchte, die auch keine Strafzölle Europas möchte, weil sie das eigene Geschäft in China nicht gefährden möchte. Und Scholz hat im Wesentlichen sich auch gegen Handelskonflikte gewehrt und gesagt, wir wollen keinen Protektionismus, auch unser Geschäft in China nicht zu gefährden. Also sozusagen das Handeln ist auf der einen Seite und die Rhetorik auf der anderen Seite. Die Rhetorik waren, das waren vor allen Dingen Appelle, Appelle an die Fairness von China. Und da muss man sich schon fragen, was das bewirken soll. Denn Xi Jinping hat dieses Thema einfach vom Tisch gewischt. Er hat gesagt, Überkapazitäten, die existieren allenfalls dadurch, dass unsere Produkte einfach konkurrenzfähiger geworden sind und deswegen auch die Marktanteile höher geworden sind. Und außerdem tun wir doch der Welt etwas Gutes, wenn wir zum Beispiel billig Photovoltaikanlagen überall hinliefern. Das hilft euch bei der grünen Wende. Das hat er weggewischt. Und ich muss sagen, Kanzler Scholz ist da ziemlich machtlos. Angesichts solcher Äußerungen kann man natürlich auch die Frage stellen, nimmt China Deutschland überhaupt noch ernst? Gute Frage. Habe ich mich auch die letzten Tage immer wieder gefragt. China nimmt Deutschland wirtschaftlich, ökonomisch ernst. Für Deutschland ist China nach wie vor der größte Handelspartner. China wiederum braucht auch die europäischen Märkte. Und dafür sind natürlich auch die deutschen Interessen, die deutschen Handelspartner, auch die deutsche Politik besonders wichtig, auch als Einfallstor. Und China braucht auch weiterhin deutsche Technologie. Das sieht man auch sehr deutlich, wenn man sich die chinesische Wirtschaft anguckt. Da gibt es viele Joint Ventures. Auch in chinesischen Hochtechnologieprodukten steckt noch deutsche Technik, auch in den Autos. Also man ist voneinander abhängig ein Stück weit noch. Die Frage ist natürlich, wie lange wird das noch dauern, bis China vielleicht all das nicht mehr braucht. Aber Stand jetzt ist es noch so. Politisch gesehen sieht es aber anders aus. Politisch gesehen denkt China, dass Deutschland ein, soll ich es höflich formulieren, ein Anhängsel der Vereinigten Staaten ist. Das ist jetzt auch in mehreren Kommentaren in den Staatsmedien nochmal leise angedeutet worden. Leise oder manchmal auch ein bisschen lauter angedeutet worden. Also insofern ist auch eine zweiseitige Haltung da. Ich glaube, die Position Deutschlands wird auf Dauer aber im Ansehen schwächer. Und das muss uns ein bisschen Sorgen machen. Ja, also ich drücke es noch ein bisschen böse als du aus. China sieht Deutschland inzwischen als Appendix der USA. Könnte man zusammenfassen, ließ sich denn zumindest einer der eben erwähnten Streitpunkte zwischen Deutschland und China im Rahmen der Scholz-Reise klären? Klares Nein. Eine sehr kurze Antwort. Ich glaube, ich bin geneigt dazu und jetzt muss ich ein bisschen differenzieren. Ich bin geneigt zu sagen, diese Reise war und ist eine Enttäuschung. Aber das wäre mir ehrlich gesagt etwas zu hart, weil es ist vernünftig miteinander zu reden. Es ist auch vernünftig längere Zeit mit einer größeren Delegation in China unterwegs zu sein, auch um die atmosphärischen Verspannungen zu lösen, die es gibt zwischen beiden Ländern. Es ist auch besser, ein vernünftiges, pragmatisches Verhältnis zu China zu haben, als nicht mehr miteinander zu reden. Aber das ist sozusagen aus meiner Sicht die am niedrigsten hängende Traube sozusagen. Und darüber hinaus gibt es keine ambitionierten Ziele, die jetzt erreicht worden sind. Und deswegen würde ich schon sagen, diese Reise ist gut, aber sie ist auch enttäuschend. Und damit muss die Diplomatie ein Stück weit leben. Wenn jetzt die Opposition sagt, Scholz muss mehr tun, um die deutschen Interessen durchzusetzen gegenüber China, dann muss sie auch dringend sagen, wie. Denn es ist auch sehr schwer. Das muss man wirklich klar sagen, weil sich die Machtverhältnisse wirtschaftlich und politisch auch verschoben haben. Ja, klares Statement von Martin Benninghoff, unserem Korrespondenten in China. Vielen Dank für deine Eindrücke. Danke und viele Grüße. Und alle wichtigen Artikel zum Thema verlinken wir Ihnen auch in den Shownotes. Der Elektroautohersteller Tesla steht vor einem großen Stellenabbau. Unternehmenschef Elon Musk will mehr als 10 Prozent seiner Belegschaft weltweit entlassen. Das geht aus einer Mail hervor, die Musk am Montag an seine Mitarbeiter verschickt hat. Insgesamt sollen mehr als 14.000 Arbeitsplätze wegfallen. Eigentlich lässt eine solche Nachricht den Aktienkurs häufig steigen, wie zum Beispiel bei Meta oder Microsoft, nachdem sie ihre Sparprogramme verkündet hatten. Doch bei Tesla sackte der Kurs am Montag um mehr als 5 Prozent ab. Verlieren die Investoren also allmählich die Geduld mit Tesla? Genau darüber spreche ich jetzt mit Thomas Jahn, dem Leiter des Handelsblatt-Technologie-Teams. Hallo Thomas. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Es ist ja so, das Handelsblatt war gestern das erste größere Medium weltweit, das über den geplanten Stellenabbau bei Tesla berichtet hat. Und du warst Teil des Autorenteams. Kannst du uns zu Beginn vielleicht einen kleinen Überblick geben, was hat Elon Musk genau vor? Ja, das weiß natürlich keiner, aber das war gestern ein guter Tag für uns. Wir wussten sehr früh Bescheid und hatten sehr gute Informationen. Der Artikel, der macht einen auch schon ein bisschen stolz und hat echt viel auch Spaß gemacht. Dazu muss man mal sagen, dass natürlich solche Kündigungswellen bei Tesla ganz normal sind. Die hat schon immer in der Vergangenheit gegeben. Insider sprechen von Purge. Ich glaube, das gibt auch eine Serie, die so heißt. Auf jeden Fall werden da alle Jahre sozusagen sieben bis zehn Prozent der Belegschaft rausgeworfen zur Säuberung, wie das intern genannt wird. Und dahinter steckt natürlich eine Unternehmenskultur, die sehr hart ist. Das klingt auch heftig. Ja, es ist Tesla zu arbeiten, das ist nicht ganz ohne. Das sind flache Hierarchien. Die Bezahlung ist nicht immer gut. Man bekommt dafür aber unheimlich viel Verantwortung. Und es sind vor allen Dingen wirklich motivierte Leute, die da arbeiten. Und naja, und da sind natürlich die Leute, die dann vielleicht nur so normal arbeiten, vielleicht eher gefährdet. Auf jeden Fall ist das normal bei Tesla. Aber ich glaube, wie du gerade auch schon gesagt hast, der Aktienkurs zeigt, dass da eine neue Qualität reinkommt. Und das ist schon interessant. Genau. Ich hatte ja gesagt, weltweit sind ungefähr 14.000 Arbeitsplätze betroffen. Und Grünheide in Deutschland ist natürlich auch von diesem Stellenabbau betroffen. Wie fallen da die voraussichtlichen Kürzungen aus? Ja, da gibt es jetzt ein Hin und Her. Wir haben da mal gestern, ich habe schon damals gesagt, gestern haben wir berichtet, 3.000. Tesla sagt jetzt, das wären weniger in Grünheide. Ist eine Frage, wie man die Belegschaft zählt. In Grünheide darf man die Leiharbeiter zum Beispiel mitzählen. Die 12.500, die bis jetzt genannt wurden, ist das da enthalten oder nicht? Ich glaube, was wir gehört haben, ist, dass vor allen Dingen Leiharbeiter nicht übernommen werden oder freigestellt werden. So oder so werden da einige Arbeitsplätze wegfallen. Und dahinter steckt natürlich ein Problem. Und das ist die Nachfrage nach Elektroautos. Und das ist nicht nur in Deutschland ein Problem, das ist weltweit ein Problem. Das Werk in Shanghai, das produktivste und größte von Tesla, ist auch runtergefahren worden. Also das ist ein globales Problem. Genau. Du hast es gerade angesprochen. Also ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Im ersten Quartal hat Tesla rund 433.000 Autos gebaut, aber nur rund 386.000 davon ausgeliefert. Und das war das siebte innerhalb der vergangenen acht Quartale, wo es dieses Problem gab. Das berichtet zumindest die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Und um diesen Lagerbestand auch mal abzubauen, hat der Konzern zuletzt die Preise um bis zu 7.000 Dollar gesenkt. Also es tobt eine gewisse Rabattschlacht auf dem Elektroautomarkt. Natürlich auch befeuert durch die wachsende Konkurrenz aus China. Wie sehr setzt das Tesla unter Druck? Also der schwache, korrekt gesagt, der schwächer wachsende Elektroautomarkt, der spielt eine ganz große Rolle, ganz klar. Tesla ist mit Abstand der größte Anbieter, vor allem mit Abstand der profitabelste. Mit Abstand der größte ist ja auch nicht mehr ganz richtig, weil BYD aufholt. Das ist ein chinesischer Anbieter. Und du hast gerade gesagt, genau, China spielt eine Schlüsselrolle. Da kommen sehr viele interessante neue Anbieter her, die technologisch gut mithalten können und die Tesla wirklich Konkurrenz machen. Nicht nur in China, sondern auch in anderen Regionen durch den Export. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein großes Problem für Tesla, vielmehr für deutsche Anbieter. Aber das ist eine andere Sache. Ja, absolut. Das ist ein anderes Thema. Zurück zum Stellenabbau bei Tesla. Elon Musk will ja mit diesem Programm Kostensenkungen und Produktivitätssteigerung erreichen. Und er hatte in dieser besagten Mail an die Belegschaft auch geschrieben, ich zitiere, es gibt nichts, was ich mehr hasse, aber es muss getan werden. Dies wird uns in die Lage versetzen, schlank, innovativ und hungrig für die nächste Wachstumsphase zu sein. Jetzt muss man aber sagen, dass dieses Versprechen bei den Anlegern bisher überhaupt nicht verfängt. Die Tesla-Aktie ist am Montag nämlich deutlich abgerutscht und seit Jahresbeginn liegt sie sogar 35 Prozent im Minus. Vertrauen die Investoren Musk nicht mehr? Das ist in der Tat, was ich am Anfang schon gesagt habe, interessant. Denn bis jetzt waren die Reaktionen auf solche Kündigungswellen immer sehr positiv. Diese negative Reaktion ist begründet, glaube ich, in allgemein Skepsis gegenüber dem Elektroautomarkt. Aber auch, und da kommen wir auf die Aussage von Herrn Musk, auf die nächste Wachstumsphase. Wie will Tesla weiter wachsen? Tesla ist stark gewachsen in den letzten Jahren, fast immer 50 Prozent in den ausgelieferten Fahrzeugen. Das Ziel ist ja auch 2030, 20 Millionen Fahrzeuge jährlich zu verkaufen. Im Moment liegt Tesla bei ungefähr knapp zwei Millionen, die werden sie wohl dieses Jahr nicht schaffen. Also müsste das Wachstum eigentlich, wenn wir bei 50 Prozent ausgehen, eigentlich bei drei Millionen liegen oder vier. Und das schafft Tesla nicht. Und wie soll das kommen? Die Konkurrenz spielt eine Rolle, da haben wir ja schon drüber geredet. Aber es fehlen auch Modelle. Es gibt sehr wenige Modelle. Es gibt eine Handvoll, davon gibt es verschiedene Varianten. Aber im Vergleich zu anderen Anbietern ist das wenig. Und vor allen Dingen fehlt ein preiswertes Modell. Das sagenumwobene Model 2 oder wie immer es heiß mag. Es kommt einfach nicht. Und anscheinend gibt es da intern bei Tesla Probleme oder einen Richtungskampf. Dass die eine, vor allen Dingen die viele Ingenieure wollen dieses Modell, aber Elon Musk ist da wohl nicht so begeistert von. Und das hat natürlich viele gute Gründe. Es ist eben von der Marge nicht so gut. Vor allen Dingen aber bei Musk spielt das Robotaxi eine ganz große Rolle. Er meint, dass man dieses Model 2 gar nicht braucht. Es wird sowieso alle bald autonom fahren. Und von daher wäre das so ein Technologiesprung. Und den versucht er zu erreichen. Und den bezweifeln die Investoren und wie ich glaube mit gutem Grund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Du hattest es gerade angesprochen, Wachstumsziele. Musk selbst hatte ja im Januar die Prognose für 2024 kassiert. Also in den Vorjahren, wie schon eben erwähnt von dir, war da immer ein Wachstum von 50 Prozent angepeilt gewesen. Jetzt gibt es gar keine Volumenziele mehr. Das ist natürlich schon ein Ausrufezeichen. Hinzu kommt noch die Unsicherheit mit Blick auf das Billigauto. Billigauto nenne ich es jetzt mal unterhalb des Model 3. Naja, Billigauto, also ein preiswertes Auto. Ja, ein preiswertes Auto unterhalb des Model 3, was jetzt eben auch unsicher ist, wann das kommt, ob das kommt. Und Robotaxis hattest du auch schon angesprochen. Also das Versprechen von Musk mit Blick auf autonomes Fahren, also dass Tesla schon bald vollautonome Robotaxis auf die Straße schicken könnte, das gibt es ja nun schon länger. Und Musk hat ja auch schon öfter große Dinge angekündigt, die dann nicht eingetreten sind oder zumindest nicht in dem Zeitraum, den er prognostiziert hatte. Das Thema autonomes Fahren ist da, glaube ich, auch eines der besten Beispiele dafür. Das verspricht er ja schon seit Jahren mehr oder weniger. Und wenn wir jetzt wieder auf die Investorenseite kommen und feststellen, dass Tesla mit dem 55-fachen des erwarteten Gewinns bewertet ist, dann ist das natürlich sehr hoch. Es ist mehr als jeder andere Autohersteller, was die Höhe angeht. Und diese Bewertung hängt natürlich an diesen Wachstumszielen und an der künftigen Entwicklung. Kann er liefern mit Blick auf solche Ziele? Das ist eine gute Frage und die kann ich ehrlich gesagt und niemand kann die wirklich beantworten. Elon Musk auch nicht. Dahinter steckt eine fundamentale Sache. Kann KI und kann Software so gut sein, dass ein Auto auf Level 4 oder 5 fährt? Ein kurzer Ausflug von Level 1 bis Level 5 gibt es ja diese Aufstufung, wo die Fahrtechnik eines Autos bewertet wird. Und 4, 5 sind eben autonom fahrende oder fast autonom fahrende Fahrzeuge. Der Unterschied zwischen 4 und 5, und das ist wichtig, ist, dass 5 in allen Lagen autonom fahren kann. Also man stellt es irgendwo in die Wüste und es kann von alleine fahren. Oder irgendwo, wo es noch nie gewesen ist, wären 4, das sind noch begrenzte Gegenden. Und Level 4 ist schon vorstellbar eines Tages, indem man sozusagen, wie jetzt auch in San Francisco und anderen Städten das probiert wird, dass man in eng umgrenzten Gebieten, die eben sehr gut datentechnisch ausgeleuchtet sind, diese Autos einsetzt. Aber natürlich ist es ein Unterschied zwischen Level 4 und 5, weil 4 ist begrenzt, also auch vom Markt her. Und das ist wirklich erstaunlich, dass Musk so stark noch an diese Technik glaubt. Die hat er schon 2017 groß herausgestellt. Und natürlich ist Tesla in KI wirklich führend. Die haben sehr gute Leute, die haben ein Dojo, ein Supercomputer. Also die sind schon längst vor der KI-Welle aktiv gewesen. Aber es gibt ein fundamentales Problem, dass das KI noch nicht so weit ist, dass es selbstständig denken und handeln kann. Und es gibt Experten, die das bezweifeln, ob es jemals geschehen wird. Und das ist die Frage, die halte ich am Anfang, wie ich am Anfang gesagt habe, die man beantworten kann. Und dazu kommt noch, dass Tesla nur Kameras einsetzt, also nur auf Computer Vision setzt, während andere Anbieter wie Mercedes zum Beispiel auf LiDAR setzt und viel weiter sind. Die sind also schon bei Level 3, 3 plus muss man fast schon sagen, während Tesla immer noch auf Level 2 eingestuft wird. Und das ist schon eine Lücke zwischen der Selbstwahrnehmung von Musk und Tesla und der Wirklichkeit. Und es mag sein, dass da in dem Labor in San Francisco irgendeine geheime Super-KI steht, die er uns am 8.8. präsentiert. Ich habe da meinen Zweifel, weil diese Präsentation und diese Ankündigung dieser Präsentation kam nach einem Bericht von Reuters, die sagte, dass dieses Model 2 nicht gebaut werden soll und das autonome Fahren in Vorderung gestellt werden soll. Und das war so eine Schnellschussreaktion. Also es gab schon öfters Präsentationen von Tesla, die so ein bisschen, wie man im Englischen sagt, underwhelming waren und letzter Zeit. Und daher ist eben auch die Skepsis der Investoren insgesamt zu erklären. Ja, genau. Also wir sind gespannt, ob am 8. August tatsächlich ein vollautonomes Robotaxi vorgestellt wird. Dahinter steht natürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch ein großes Fragezeichen. Mich würde interessieren, was ist denn aus deiner Sicht aktuell Teslas größtes Problem? Ist es die sinkende Nachfrage nach Elektroautos? Ist es die wachsende Konkurrenz aus China? Sind es die Probleme mit Blick auf das Robotaxi und das autonome Fahren? Oder ist es vielleicht sogar die Person Elon Musk selbst? Musk selbst? Nein, das will man mal gerne lesen. Ist es aber nicht. Die Marke schadet er nicht mit seinen Äußerungen. Also Tesla ist auch ein gutes Auto. Also das Elektroauto, das Produkt ist ganz klar einwandfrei. Was das größte Problem ist, das sagt Musk selber, ist die Konkurrenz aus China. China hatte schon einen Grund, warum sie Tesla da eine Fabrik haben bauen lassen, die nicht ein Joint Venture war. Weil man sieht es an vielen Anbietern, die sehr viele Technologie von Tesla kopieren und sehr gut umsetzen. Und dazu gehört auch die Produktionstechnologie. Und das wird sich in den nächsten Jahren noch mehr ausspielen. Also es sind sozusagen kleine Mini-Teslas, die da immer größer werden. Also ich glaube, das ist das größte Problem. Und mittel- bis langfristig wird der Aktienkurs ein Problem sein. Also wenn der weiterfällt, damit also sozusagen die Refinanzierungsgrundlage von Tesla schrumpft, dann wird es schwierig sein, die vielen Fabriken zu finanzieren, die geplant sind. Also Mexiko ist eine Neuanlage geplant. Berlin soll ja ausgebaut werden. Und das ist sehr teuer. Das kostet Geld. Und es war früher natürlich mit einem hohen Aktienkurs leichter zu finanzieren, indem man neue Aktien ausgegeben hat. Dazu kommt noch, dass man neue Mitarbeiter nicht so motivieren kann mit den Aktien, wenn der fällt. Also ich denke, es ist ein Kranz von Problemen, mit dem Tesla zu kämpfen hat. Ja, und wie sich dieser Kranz von Problemen auf die Zahlen von Tesla auswirkt, das erfahren wir am kommenden Dienstag. Denn dann legt der Elektroautobauer seine aktuellen Zahlen vor. Thomas, vielen Dank für die Einordnung. Bitte, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und mehr zum Thema verlinken wir Ihnen wie immer in den Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's auch schon wieder für heute. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge entweder per Mail an today at handelsblatt.com oder per Text oder Sprachnachricht an die Nummer, die Sie in den Shownotes finden. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Lukas Teppler und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Feierabend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Be raisingen Sie bei der Anmeldung 15. Wie ist das anzufangen? Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017